Kommen Sie, Ladies! Ihr müsst uns vereilend! Nee, ihr sollt zufrieden sein! Wir hatten Recht! Halten Sie sich gut fest! Sehen Sie auf uns keine Rücksicht! Fahren Sie los! Gehen Sie Gas! So ist Milton immer gefahren, wenn wir zu seinem Binockel-Spiel zu spät gekommen sind. Vorsichtig, Matt! Achtung! Soda, das geht ja wie geschmiert! Festhalten, Tante May! Vorsichtig, Mark! Mark! Ah! Mark, Sie fahren auf der Gegenfahrbahn! Ich glaube, in England wird links gefahren! Ach, gar nicht drum kümmern! Ah! Ah! Vorsichtig, Mark! Ah! Aufpassen! Ah! 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 cush! Ah! 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 Vielen Dank.